So verliebt zeigt sich GNTM Lucy mit ihrem neuen Freund. Bei Germany's Next Topmodel zeigte sich Lucy Hellenbrecht, 22, oft an der Seite der anderen Teilnehmerinnen. Doch nun stellte sie auf Social Media einen ganz besonderen Mann an ihrer Seite vor. Erstmals präsentierte sich Lucy knutschend mit ihrem neuen Freund. Die Beziehung von Lucy Hellenbrecht soll noch recht frisch sein. Die Blondine machte bei der 16. Staffel von Germany's Next Topmodel mit. Nun präsentiert sie sich glücklich wie nie unzüngelnd, was das Zeug hält. Den Namen ihres neuen Schnuckels hat Lucy noch nicht verraten. Gegenüber Promiflash gab sie lediglich an, dass die Beziehung noch recht frisch sei und man sich bei einer Hochzeit kennengelernt habe. Wenn das nicht mal ein schicksalsträchtiges Kennenlernen ist. Aber bevor an eine Heirat zu denken ist, muss wohl erst noch viel Zeit ins Land ziehen. Bis dahin teilen die Verliebten hoffentlich noch viele weitere süße Schnappschüsse von sich. Mit dieser Haltung kam Lucy ins Liebesglück. Ende 2020 ließ Lucy eine geschlechtsangleichende OP vornehmen. Nach der überstandenen Operation freute sie sich seinerzeit auf ein entspanntes Datingleben. Dank dieser entspannten Haltung gelang es ihr dann ganz offenbar auch, den richtigen Herzensmann zu finden. unserer Reine verteilen heute eine gar nicht optimal hinwecken. . Vielen Dank.